Am Ende des Sommers wird dieser in der Region Villach-Warnbad, Farkersee, Osserchersee mit lautem Getöse verabschiedet. Dann nämlich findet die European Bike Week rund um den Farkersee statt, zu deren die 40.000 Biker aus aller Welt kommen. Täglich werden mehrere Motorradtouren durch ganz Kärnten angeboten. Im Harley Village kann man alles rund um die Mutter der Motorräder, die Harley-Räder sind bewundern. Die erstaunen ihr Publikum mit atemberaubenden Stats. Gekrönt wird das Fest mit der längsten Motorradparade Europas. Danach wird es ruhiger um die Seen. Bevor der Winter kommt, hat man hier noch einmal die Gelegenheit, Kraft zu tanken und ausgedehnte Wanderungen durch die wunderschöne Landschaft zu machen. Wenn es kalt wird, sehnt sich der Körper nach Wärme. Dies ist die beste Zeit für Wellness in den Thermen der Region Warnbad Villach und Bad Bleiberg. Die Therme Bad Bleiberg liegt im Thermalhochtal, fernab vom Trubel und bietet Erholung in freundlicher Atmosphäre. Im Kristallbad kann man in die heilenden Thermalwasser eintauchen und im Kurzentrum lindern wohltuende Behandlungen Schmerzen und lassen den Alltagsstress vergessen. In Stollen und Grotten im Berginneren kann man die Heilung atmen. Die besondere Luft hier hilft bei Atemwegserkrankungen. Bei Spaziergängen an herbstlichen Tagen kann man die klare Luft genießen. Mystisch ist ein Besuch in der Terra Mystica. Das Schaubergwerk in Bad Bleiberg entführt den Besucher in eine andere Welt der Zwerge und Wunder. Hier erfährt man aber auch Wissenswertes über das einstige Leben unter Tag und kann nach einer Schatzsuche sogar einen Edelstein mit nach Hause nehmen. Wenn die Tage dann drüber werden, eitert man sich am besten durch einen Einkaufsbummel auf. Die Innenstadt von Villach bietet dazu alle Möglichkeiten. Boutiquen und Geschäfte säumen den Hauptplatz und die kleinen Gassen der Altstadt und ein Espresso in einem der freundlichen Cafés geben wieder Kraft. Schon lange ist Villach für seine italienischen Nachbarn ein Geheimtipp. Hier kann man wunderbar bummeln und Souvenirs kaufen, die an eine schöne Zeit erinnern. Ich bin ein Geheimtipp. Ich bin ein Geheimtipp. Ich bin ein Geheimtipp. Ich bin ein Geheimtipp.